10 von 25 Kristallen Du bist auf dem richtigen Weg Mir geht die Energie aus, was die Kommunikation schwierig macht Denk daran, ich zähle auf dich Oh, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum neuen Part Auch geht zum Camero Brothers Hinweis, direkte Angriffe verletzen sie nicht Hm, gut Information Wir sind da zwei Kogodile So, mach mal die Platte Oh, scheiße Ben Ich bin mir seht die zu einfach, ne Oh, scheiße, jetzt rückt der auch noch Ben, erledigt Kein Camero mehr Kein Kommando mehr Kommando Brüder heißt nie Oh mein Gott, ich trottel, ne Ey du Zicke Oh mein Gott, ich trottel, ne 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 Genau, jetzt mach ich mal so mal so. Er ist am gut oder unbearable muss jetzt nur schauen wegen dem in der Bonusrunde der riesige Bär öffnet einen Geheimgang da ist der Wink schon mal gut an voll süß aber der ist erstmal fertig und dann kann der nächste kommen fuck alter fuck der kann mich fressen da lachen wir noch auf dieser Arsch dann muss ich nicht mehr aufpassen weil die sind mir nicht so im Kopf geblieben und die Bonusrunde glaube ich die Bonusrunde war das die andere oder war das die Bonus auch nicht ne die war das auch nicht schade kann ich doch nur mit dem spielen naja im dritten Teil kann man ja mit mit Coco spielen also also im Renner mal schauen wir mal 22 oh mein Gott 22 habe ich nicht oh mein Gott gesagt wegen den Kisten sondern weil ich eine Kiste mit mehrere Male wenn ich da drauf bringe ähm naja krass beziehungsweise gedreht hab und dadurch fuck ja lach mich nur auf dabei bist du ja eine Frau trotzdem im Arsch denn am besten gleich bei den einen drehen ne eh nicht drehen sondern oh mein Gott noch geschafft oh jetzt kommt der Bär ja super voll fuck fuck ich wäre auch ziemlich sauer wenn jemand auf meinem Kind reiten würde fuck so noch 200 Leben und dann hm dann ist der Einsatz hab ich gesagt so 200 Leben wie gesagt das gesamte Spiel oder ne so und jetzt äh links so und jetzt kann man zurück gehen und hier ding bärenhunger 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 ja ne hmhmhm eigentlich schon Ich hab nicht alles eingesetzt, sondern... Scheiße, wir haben schon in acht Minuten dann. Null Uhr. Ja, super. Oh, nicht schon wieder auf dem Herbst. Ja, erst kommt einer. Ja? Fick dich! Oh mein perfekter Gott! Oh mein fucking Gott, ist ein Dinosaur. Jesus Christ! Nein, das war's. Ich bin auch hier wieder. Ich bin auch hier. Ah, nicht alle. Egal. Ich bin auch hier hinten. Oh nicht. Oh nicht. Alle. Egal. Mein Ehrengein muss zu topfen. Oh mein Gott. Ja, jetzt kommt er da. verdammte scheiße zwei drei leben noch kommen ich hoffe hier leben egal wie war das jetzt oh mein gott jetzt noch 20 genau jetzt fliege ich aber das war doch nicht das ende oder nicht wort der park das war gewirklich moment super verfickte fix scheiße aber das doch bis ende ja was für ein geheimgang das würde mich gerne interessieren ja schau ich nochmal wenn ich das spiel nicht allein nach der geheimd ja 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 da nehme ich das jetzt plan hat sich lecker schlag den timer um einen besonderen edelstein zu halten um wenn du kein pflanzenfutter also mal kurz schaum 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 leer zu Sollte Ich habe gerade Wasser eingegossen, trinken eingegossen, ich werde zu fragen. Ich habe gerade Wasser eingegossen. Ich habe gerade Wasser eingegossen. Mal schauen, wenn ich das in 11 Minuten schaue. Ich habe gerade Wasser eingegossen. Ich habe gerade Wasser eingegossen. Oh scheiße. Hier ist der Teil, oder? Ah, nur auf einem. Nicht nur auf einem bestimmten. Fuck! Und ich bin sowas von tot. Ja, ist okay. Hier ist doch alles gut. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Nein. Hier ist alles super. Hier kann dein Traumager sein. Was? Oh scheiße, ich bin doch Pflanzenmutter geworden. Na gut, dann drehe ich mich, du Arschloch. Wie sieht das eigentlich ein Kinderspiel aus? Da war ja sowas. Ah, das Spiel ist ab 6 freigegeben. Alter, ich habe mich doch gedreht, du Arschloch. Das kann noch nicht wahr sein. Ach, bei Rollo. Das ist jetzt meine Schwester, oder? Okay. Das wird nicht alles gut. Ich bin das sehr gut. Ich werde wieder mit dem Anzahlzahlare. Ich werde wieder mit dem Anzahlzahl gezwungen. Die Anzahlzahl zu kommen. Ja, ich werde wieder mit den Anzahlzahl zwischen einem Anzahlzahl zu verwenden. Das ist's für alles gut. wirst du weil sie meinen diese blubber gerade macht die bestimmt nicht platten ich wusste es ich habe das verdammt oh mein Gott ja das nicht mal einmal sterben hier in der in der in der in der in der bonus und kann man noch nicht ja oh mein Gott verpügt Arschloch riesige Motherfucker ich mach dich voll fertig ich auch ich auch und dich oh mein Gott das war so was so oh oh Gott ja ich hab's doch gesagt dass ich es versuche ja ja nur den einen habe ich nicht oh sequenz crash so ein glück ich hab Cortex Computer und detaillierte pläne für einen verbesserten Cortex Vortex und eine sehr suspekte Raumstation gefunden ich bin nicht sicher aber Cortex versucht möglicherweise ja Road to Rhyme Moment war das nicht ein ja oh die Runde ist auch scheiße super das erste weiter passt doch mal auf da ist noch eine ratze voll süß wie fandet ihr die ratze spuckst du nicht gleich vorher du noch nicht die ratze wenn ich so er ist ein checkpoint erreicht so kann man die durch siegen indem man sie ich glaube ich habe die sogar geschafft wenn ich das mit meinem bruder gespielt hat bin ich so ganz sicher so hey hör doch auf zu bellen jetzt kommt er nochmal oh mein gott klasse das da bin ich so oft abgekappt ok jetzt geht es hier lang ja jetzt habe ich schon den edelstein aber es ist so spät egal vielleicht kann ich eine etwas längere folge machen oder einen teil ich weiß ja nicht wie das ist mit dem what the fuck hey kann ich ja die runde hier kurz ja super aber die nicht mehr die runde weil alle dreizehn jedoch hey bist du auf meinen schoß kannst du sowas von vergessen wegen deinen gebellen also als der lecker man die hier die Ah, da ist das Ende schon, geil Ja, wenn dieser Scheiß auch nicht Hey Fuck, nicht alle Egal Was soll denn das, hä? Willst du dich auch ärgern? Macht das Spaß? Macht das Spaß, jemanden zu ärgern? Macht das Spaß? Ja, der Dance Heads Mops Fuck, ich hab den Kristall nicht Okay, Leute, das war's zu diesem Part Wir sehen uns bis zum nächsten Mal Tschüss